Laugavigur, Etappe 4 von Emsdor nach Törsmerk Diese Leute haben hier den meisten tollen Abendessen, den ich auf der Träcke gesehen habe. Definitiv. Es ist fertig. Expedition Abendessen. Expedition. Ja. So werden wir heute Abendessen haben. Oh, 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 oh. Okay. Try it. Go backwards. Ja, ich weiß. Oh, es ist okay, man. Und hier haben wir den ersten Baum seit vier Tagen. Well done. You're all the way there. Ja. Musik 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 Das Ende von Laugavegur. Wir sind in Thurfsmark angekommen. Die Ziellinie wird überschritten. Und damit ist es geschafft. Wir haben es geschafft. Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich gut? Allein. Allein. Die Ziellinie wird überschritten. Die Ziellinie wird überschritten. Die Ziellinie wird überschritten.